willkommen zurück zu terraria adventure maps a link to terraria wir sind in mundus village beim bürgermeister der hat uns gerade den auftrag gegeben ins schloss zu laufen zum könig der uns bestimmt mal sprechen will denn wir sind der legendäre held der die welt retten wird und im moment rüsten wir uns noch aus wir haben zuletzt pfeile gefunden und ein paar weitere tränke ich habe ein paar glowing sticks eingekauft als wir mal licht brauchen und ja wir müssen jetzt nach osten zum schloss denn dort erwartet uns der könig wir sind weiterhin zu viert alex manu timo und johann die mayor's vault come here after you clear a dungeon for some more upgrades you should use the piggy bank above to store your large gems large gems drop when you die so in order to gather them all safely keep them in the piggy banks scattered across the world for safekeeping also be careful shift clicking them if a large gem is thrown away it cannot be retrieved genau die lacht stammes können wir dann später auch hier einsetzen in diesen in diesen slot dann passiert irgendwas tolles vermutlich öffnet sich der boden nach unten ja das lese ich mal nicht das ist das spieler wo kam das her cool was ist das immer stellen sich alle für die schilder damit ich dir auch nicht nicht lesen kann ich möchte nicht in den brunnen reingehen ich möchte in den brunnen reingehen schade ich darf man fällt durch ich darf man mit dem durch ach so man kann nicht weiter gehen wei ok ein banni oder das fie wiii 6. Buchstabe im griechischen alfabet schmeißt müll nach uns wie gemein Wow, Chlorella, meeting an adventurous man like you makes me wanna party. Sie schmeißt Konfetti. Aber ihr können mir Sachen kaufen. Beachball, Konfetti Gun, Smoke Bomb. Okay, ich glaube, das ist alles, das brauchen wir alles nicht. Ich kaufe mir nix hier, das ist alles Quatsch. Ja, wir gucken immer, was hier oben ist. Ist ja voll cool in Mundus Village. Impa's Haus. Impa's Haus. Impa, wuhu. Das ist Impa? Bei Impa können wir uns heilen gegen Geld. Dammit. Und wer ist hier? Sparit. Was hast du, Sparit? Nichts. Sparit ist der Die Trailer, glaube ich. Was ist das für eine Kugel? Da können wir Farben kaufen. Und eine Kristallkugel, die bufft uns, wenn wir die anklicken, oder? Tatsächlich. Genau, Clairvoyance, Magic Powers Uncreased. Oh, nice. Wahnsinn, was man hier alles schon entdecken kann. Und bisher hat noch niemand das Häschen getötet. Das ist ja superklasse. Ich hoffe nur, wir treffen kein Hühnchen. Tugert's Home. Tugert, das ist doch der, der die ganze Zeit Ale kauft. Oh, es ist 7 Uhr 23. Ja, ja. Bei mir ist schon 7 Uhr 27. Oh, ein Typ. Oh, ich kann mich umklamottieren. Cool. Will ich nicht. Was? Tu what? Even sauce wants what I'm selling. Was verkaufst du denn? Oh, Granaten und Bomben und Dynamit. Cool. Das ist nicht so gut. Die brauchen wir ja tatsächlich noch nicht. Ich kaufe mal nix. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht notwendig. Oh, ich habe die Tür überall offen gelassen. Entschuldigung. So ist die Tür nicht mehr zu? Entschuldigung. Oh, da droppt schon wieder Holz. Irgendwer fällt hier in den Wald. Was ist das denn? Ist noch, wollt ihr noch? Da ist schon wieder ein Klo im Keller. Wie cool. Direkt vor der Werkbahn. Ja, die müssen. Falls man mal wirklich viel zu tun hat und beim Klogang auch noch irgendwie seinen nächsten, weiß ich nicht, was bauen will. So, Hyrule Castle. Das sieht aber nicht aus wie Hyrule Castle. Sieht irgendwie so klein aus. Ja. Naja. Sieht so ein Mau aus. Also das Haus des Bürgermeisters war da imposanter. Erstmal kommt der Happy Mask Salesman Shop. Oh, was ist das für ein Typ? Which Doctor am I? The Witch Doctor. Where am I? Oh, oh. Ha, 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 ha. We Swiss Witches. Ja. Which, 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 which wish to be switched? Which, 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 which. Hör auf mit Zungenbrechern. Ha, ha, ha. Wee. Wee. Was ging's hier noch? Mann, das sieht alles so schick aus mit einem dampfenden, ähm, Schornstein. Ich wusste gar nicht, dass es so coole Sachen gibt. Wo ist das? Dampi. Dampi. Dampi, ist das nicht der Graveyard-Typ? The Captain Fellow seems to me to be pretty well over the bay, if you know what I mean. Äh, hier können wir auch allerhanden Stuff kaufen. Dampi. 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 Dampi ist aus. Hat kein Klo, na gut, dann geht er wohl beim Nachbarn sein Geschäft verrichten. Na dann. So. Das sieht doch schon eher aus wie Hyrule Castle. Wir sind schon da. Es quackt da. Ach, da geht es auch schnell. Oh, die ist. Ne. Tür ist zu. Tür ist auf. Hyrule Castle. Ich stehe doch alle vor's Schild, damit ich es nicht lesen kann. Da steht eh nur Hyrule Castle. Hyrule Castle. Mäh. Da ist die, äh, die fiese Gans aus dem Goof Game. Wee. Die, äh, die Gans. Da gibt es nichts, oder? Gibt es sowas? Scheint nicht zu. Oh, es ist ein schöner Ausdruck. Nur ein Turm. Oh, ich habe die Tür zugemacht. Oh, was haben wir hier? Okay, wir sollen was nach oben. Oh, okay. Wo ist der King? Der Thron ist ja leer. Was geht? Oh, die ganzen schönen Blumen, die hier stehen. Ach, da ist ein Schild. Ich guck mal, das ist der König. Das ist der König, rechts neben dem Thron. Er sieht ein bisschen versteinert aus. Aber jemand hat uns eine Nachricht hinterlassen. Ich glaube, das ist der König. Ah, das ist der König. Er ist gar nicht versteinert. Er steht einfach neben dem Thron. Oh, das ist der König. Das ist der König. Oh, das ist der König. Wir sind beim Schmied. I am the royal blacksmith. Sauce. Come back here later and I'll have a new sword forged for you. Cool. Hier ist der Switch. Hier ist der Switch. Ah, okay. Ah, okay. Tower-Locking-Mechanism. Do not touch unless the King says so. Hat er ja gesagt. Kein touch, nicht. Dann müssen wir jetzt wieder hoch. Da oben rechts, links ist eine Schatztruhe, Leute. Seht ihr das? Was? Wo? Wo ist eine Schatztruhe? Oben links. Ah, ne, das ist nur eine Schatztruhe-Statue, ne? Ich bin reingefallen. Sorry. Ah. Wollen wir mal gucken, was der andere Ausgang hier, wo es dahin geht? Weiß ich nicht. Ich folge der Action. Achso, okay, okay, okay. Offensichtlich nimmt irgendwer hier den Auftrag ernst. Ja, okay. Ich folge den Leuten, die den Auftrag ernst nehmen. Dann ab in den Brunnen. Ah, tschüss. Oh, ist das ein Diamant hier? Das sieht ja abgefahren aus. Hervorragend. Super. Super. Ab in den Brunnen. Wo ist er denn? Es ist total logisch, dass alle hier immer über die Dächer hüpfen. Ah, wir haben Spiele 1 verloren. Nein, das habe ich in der letzte Nacht geträumt, dass ich über die Dächer gehüpft bin. Sehr interessant. Wo ist der Vorletzte? Der Brunnen. Da ist der Brunnen. Huch, vorbeigehüpft. So, wir haben den Brunnen wieder gefunden. Oh, hier ist ein goldenes Bunny. Was macht es? Es leuchtet gold. Ich verstehe. Gold. Es leuchtet gold. Ab in den Brunnen. Uh. Ich komme nicht runter. Oh mein Gott, bitte das Wasser unten. Es ist Wasser. Ich habe übrigens Licht dabei, falls jemand Licht braucht. Leute, ich ertrink hier gleich. Ah, da komme ich raus. Wow, da hätte ja mal jemand uns warnen können. Schleimi. Hau ab, Schleimi. Wir wollen ein bisschen Privatsphäre haben. Der Summoner of stenchy, slimy monsters, I guess. Ja, mal los. Okay, Leute, wollt ihr noch mal eure Feen anmachen? Ich sehe eure Feen nicht mehr. Okay. Hast du den Hotkey mal rausgekriegt, Johann? Äh, nee. Mano. Alex, siehst du meine? Äh, ich sehe meine. Nur meine. Okay. Das Hotkey, um die Lampe zu machen. Jetzt sehe ich deine noch, Timo. Hey, ich müsste mal gucken. Ich gucke mal ganz kurz nach dem Hotkey. Vielleicht finde ich den gerade spontan. Äh, 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 ne, 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 ne. Ich sehe den auch nicht. Na gut, dann tue ich mir die Lampe doch in meine, äh, in meine Leiste oben, damit ich das immer schnell aktualisieren kann. Okay, sorry, falls ich was verpasst habe. Wo ist die Action? Hier ist die Action. Haben wir gerade einen Moment, wo wir durchatmen können? Ich bin schon wieder total aus der Puste. Dann können wir uns hier vielleicht vorm Hebel nochmal versammeln. Komm mal her, folgt mir. Ach, da ist ein Hebel. Habt ihr ihn schon aktiviert? Ich habe keinen Hebel gedrückt. Hattest du das Schild vorgelegt? Ja. Ich war so beschäftigt mit meiner Filmglocke. Okay, dann machen wir hier nochmal ein kleines Päuschen. Wir sind jetzt im Brunnen und müssen ihn irgendwie säubern. Irgendwer beschwört hier miefige, schleimige Monster. Und das gehört sich nicht, denn die Leute wollen das Wasser hier trinken. Und niemand möchte miefig, schleimig verseuchtes Wasser trinken, denke ich mal. Wenn ihr wollt, go ahead. Wir wollen das eher nicht und die Leute hier wollen das auch nicht. Schaltet wieder ein. Beim nächsten Mal schauen wir uns das Innere des Brunnens an. Bis dahin. Tschüss. 1 2 3 4 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020